Was bedeutet uberhebao? Hallo Freunde, ich bin Firas Scharte und ich habe in diesem Projekt mitgemacht, weil vor drei, vier Jahren, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich habe immer gebraucht Leute, die mir Informationen geben oder worauf muss ich achten, wenn ich etwas Neues mache. Welche Leistung bietet mir ein Bankkonto in Deutschland? Der Austausch der Luft ist schneller als ich.